ja liebe leute und damit ganz herzlich willkommen hier zu einer weiteren adventure map aufnahme hier diesmal dabei ist der jannis jawohl alter und ich weiß nicht warum ich sein skin nicht sehr fragt mich nicht ich weiß es nicht ehrlich gesagt und vielleicht am server das kann auch sein denn wir spielen hier gerade auf uns um hg-serber ich habe einfach mal hier die Map reingezogen also nicht wundern wenn ihr mal steht dass irgendjemand das Spiel gejoint ist oder so oder warum du jetzt auch immer ohne beschreibt man was im Chat und bis 0 egal ich lese mal die Schilder vor ja das und wir spielen hier irgendeine Map ich habe den Namen vergessen wird auf jeden Fall dann in der äh Beschreibung stehen so also jetzt bist du die richtige Gruppe die die Tekturen Empfehlungen ich meine Kraft working ja aber das benutzen wir glaub gar nicht mann du nicht und ich nicht ne ich nehm's fax alle Sprünge wurden mehrfach getestet so viel wie die sind machbar ach du scheiße keine Ahnung warum steht da Hallo Farmswimmer LP ich egal ach so weil es wahrscheinlich für den ist ich egal die heißt ja äh Farms äh Farmswimmer LP äh äh Adventure Map ok also vielleicht doch wie sie heißt egal gut ähm das ist meine Jump'n'Run Map für die Version 1.3.2 schon eine Weile her ja wo ist sehr lange her es gibt keine Story und nur Jump'n'Run also das ist gut viel Glück und das my 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 craft team alles klar was die Tino drüge in den Knopf und stelle dich in die Mitte auf den Labis-Lazuli Block und Warte ok ich hab gedacht das muss jeder extra machen und jetzt du musst warten warte ich drücken nochmal ok oh lol oh lol oh lol jetzt kommt da ich gar nicht mehr rein ah doch doch oh lol Oh jetzt muss ich warten pass auf wow was war das ok also ich warte mal auf dich hallo schieb mich doch ja das dauert echt das hat echt lang gedauert das ist schon mal ein großes Manko an dieser na ja ja alter zwei herzen der will mich über verarschen was kriege ich hier also ich habe nichts bekommen ich glaube auch noch nichts drin nein sind wahrscheinlich schon leer also wenn man an der schwarze ausloch alter anstatt ich hoffe ich nehme es auf der richtigen festplatte auf egal wenn nicht doch noch mehr kommen das war ein deckensprung die wollen mich voll verarschen ja das war ein deckensprung kann ich hier abkürzen Checkpoint ach ich habe ein Checkpoint ich auch gleich Na doch ernsthaft jetzt das ist doch wohl ein Witz wo das eine Decke über dir habe ich überhaupt nicht gesehen eigentlich so über die Blöcke ich glitsche über die Blöcke drüber echt okay okay ich bin ich bin durch ich nicht ich mache mal den Regen aus so springt der Wichser nicht ganz ehrlich in der ersten Challenge scheitern wir schon oder die hat es bei mir geleckt als ja Janis Schiff ich weiß bei uns schifft es auch echt so und das war leider zu früh ja ein kleines bissle hast du eigentlich die neuen Einstellungen schon welche mit das ist so eine Extra-Taste gibt für Sprinten das ist 1 7 ja ja kann ja sein dass du 1 7 schon hast ne ich hab sie nicht gespielt so in der Art okay den Checkpoint darf ich benutzen ja ich hasse Nippe Sprünge nicht ein Einzelsprung ist mir scheißegal ich hasse die trotzdem ja gut dann will ich ja da hinten verkacken ja ja an das die die an der Wand gehen aber wenn sie so frei stehen so ist ein Doppelsprung gell ich glaub oder leck'n ich weiß ja nicht ob es bei dir leckt ne es leckt nicht das ist ja gerade ich bin einfach zu nubi ich weiß ja okay ich muss ja echt sagen jetzt mit den 40 Folgen hier nach nach dieser Mario Bros Adventure Map da war es mir auch echt zu vielen da waren ja einige Sprünge dabei guck ich rutsche da immer drüber keine Ahnung warum ja du musst da du drückst da wahrscheinlich zu spät zu spät will ich mich jetzt forschen mhm Alton aber so hat das jetzt bitte bin ich nicht gestritten wird da man passiert eigentlich immer nur mir so was weiß ich nicht und bei dir ging es die ganze Zeit auch so aber wir wissen glaube auf jeden Fall schon mit welchen oder mit dem nicht so weit springen ja als ich glaube bis auf jeden Fall welche mit mir als Nächste spielen ja wir haben jetzt gerade mal die angefangen ja wir reden einfach mal über die Nächste okay weil man bringt die mich weiß ich nicht wenn der Schuss so gut anfängt will ich wissen wie das weitergeht ich musste dich die op warum schreibt man was in chat denn jetzt müsste ich glaube ich richtige Gruppe zugehören war richtig die Gruppe willst mich jetzt verarschen wie viel XP hast du schon 41 Level so so und falls ihr also die Beschreibung hier von uns im Service natürlich in der Beschreibung falls ihr falls es euch interessiert jetzt schaffe ich den fucking Sprung einmal und dann und so ein Kack stecken scheiß ich hasse decken Sprünge ganz ehrlich ja ich habe gedacht dass ich da auch verkacken werden wo ja weil decken fängt ja schon mal gut an auf jeden was wir noch sagen können Janis hat die Map ausgesucht ich kann dir jetzt schon sagen wenn Patty dabei wäre der hätte schon längst im Game Mode 2 gewesen äh Game Mode 1 ja komm wir cheaten hier ne das ist ja das ist ja scheiße ess du erstmal schön dein na ich ess grad dein dein äh hier Maultaschen genau so ist die Flecken mit Vorspringen nein sicher denn es ist doch so schwer gar nicht oder nee ist nicht aber ich bin zu blöd ja ich war gerade nur um mich auf den Block zu kommen hey wie kommt man überhaupt mit der Schiffreibe kommen auf den Block meine Fresse was machst du bitte ich versuche auf den Block zu kommen auf welchen auf den auf den äh lol heilig fliege ganz ehrlich ich habe Schiff getrückt und ne ich hasse es so guck mal Janis ganz einfach oh la ok ich glaub das war einfach nur Dussel ehrlich gesagt ganz ehrlich ganz ehrlich ich mach das jetzt anders die 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 Steuerung geht mir mega auf den Sack Schleichen mache ich jetzt auf oh Gott wo mach ich das drauf na das ist hallo hm ich will es auf diese Taste hier machen aber das geht nicht egal egal so mal schauen ob das jetzt besser funktioniert wo hast du jetzt shift 0 was hast du jetzt gemacht? ok ok warte das war ein wenig ach hast du hast du shift auf Leertaste? ne ich hab's auf alt aber ich bin nicht ganz auf das Altkomma ich hab nämlich noch mit Sprung ha 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 boah boah ganz ehrlich das war nur Dussel äh du du hast jedes immer nur Dussel hast du aber ich hab so was von Dussel der Jansi will jetzt hier in der erste Aufnahmesession nicht nur das hier schaffen ha 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 ach ja ah das sieht gut aus boah soll ich schon mal weitermachen oder? warum shiftet der nicht? ha warum shiftet der nicht? so 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 Vielen Dank.